Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute GTA 5 für den PC zusammen mit dem Marco, den Toto und den Fabi. Hallo. 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 Ich kann starten, oder? Ja, ja. Was dauert das denn so lang jetzt? Heil. Ah, okay. Frachtschrift, Scharfschützen. Okay, ich mach Scharfschützen. Ich mach Polizeistation. Dann geh ich zu dir, ja. Geh du rüber. Das ist nett. Dankeschön. So, ich bin bereit. Los geht's. Wir müssen uns ja durchcampen, gell? Durch die Polizeistation. Ähm, nee, also wir müssen erstmal einen Streifenwagen irgendwie herbekommen. Soll ich fahren, Marco, oder fährst du? Hey, du. Ich bin deine Karre, wa? Okay. Okay, wir müssen steigern. Okay, wir haben 10 Teams. Split up and hit your Objectives. I'm setting up a healthy atmosphere of competitiveness. Here's that. Watch the car, okay. War doch nichts. Ich hab keine Lust auf Gumpaland. Ach, die nennen sich an. Na gut, müssen wir irgendwie Leute kennenlernen. Das ist nicht meine Karte. Das war ein Totoli, glaube ich. Die verbrennen wir gleich. Ich habe immer noch keinen Stern. Warten jetzt. Ich habe immer noch keinen Stern, deswegen hier ist so wenig los. Ich kann es versuchen. Oh lol. Du steigst da hin. Klar. Du auf einen Stern hast du doch. Na jetzt auf einmal. Du bist eingestiegen, schon habe ich einen Stern. Ja, kannst mal sehen. Ich bringe alles mit. Warte, wir müssen mal die Polizisten da killen. Komm her. Auf geht's. So, da müsste ich eigentlich noch runterkommen. Ja. Also die Karte ist auf jeden Fall langsamer als meiner. Hätten wir mal meine genommen. So denn hin. Ja, warte. Kopfschütteln. Ach, Mist. Ach, Mist. Wäre der Helikopter nicht da. Dann werden wir es schon längst los. Oh nein, der fährt hier hoch. Na, shit. Ich habe es jetzt nicht berechnet mit dem Kakeili. Jetzt kommt mir wenigstens frische Luft. Hier, ich habe eine Karte hier. Bleib dich offen. Okay, geht aus und geht so. Mal kurz den U-Bahn-Schacht. Ähm, finde ich jetzt nicht so geil, dass die Karte sich gedreht hat. Och, Platten geschossen. Wir haben keinen Reigen mehr. Bist du jetzt tot? Ja. Wieso steigst du denn aus? Weil ich schaffst ja jetzt an. Ist der behindert. Warum musst du spawnen mich bitte auf dem Schiff? Ja, ist ja richtig. Dann müssen wir auch hin. Ach, ich bin voll am Arsch. Ja, komisch. Wenn... ...ein Spieler... ...irgendeinen umbringt von der Crew, ...kein Team Leben abzuhst. Oder habt ihr... Ja, sie haben wir ein Team Leben abgezogen gekriegt. Okay, dann muss... Ja, stimmt. Oh, ne, die kommt... Ah. Okay, gut. Hey, Platz da. Hier kommt die... Oh, es ist krass. Wir müssen uns beeilen. Bullen kommen gleich. Super. Die wollen auch nicht fragen, wo wir das Auto her haben. Das haben wir auf dem Schreckplatz gefunden. Ja, genau. So sieht's auch aus. Das ist immer so das Lustige, gell. Man kann so hinfahren, die merken einfach gar nichts. Warte, ich hole mal den kurz. Wir wollen unsere Waffe kurz wegstecken. Ja. Ganz gecheckt. Flutigen Arm. Zum Einsatz. Ja. So, wo bist du, Marco? Unten. Ja, ich bin hinter dir. Wir müssen uns beeilen, die Bullen kommen. Wir müssen zum Container. Moin, Männer. Komm. Ja, ich muss grad warten. Jetzt bin ich tot. So, jetzt geht's weiter. Und... Nehmen. Zack, weg. Die sind über uns. Ui, 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 ui. Warum macht die an Tresen die Beine breit? Das will ich dir jetzt nicht erklären. Bullen sind hier am Schiff. Gerade noch bei Polizisten. Rechts und links kommen jetzt gleich Bullen. So, jetzt müssen wir die Karre zerstören gleich. Und den Streifenwagen. Haben wir doch schon zerstört. Hey, die schießt auch nicht. Ich weiß grad selber nicht, was wir machen müssen, ey. Okay. Oh, man, oh, man, oh, man. Ah, hier. Beim nächsten Mal aussteigen, wenn ich sage, aussteigen, wir sind da. Ja. Hoffentlich können wir direkt jetzt hier am Flughafen anfangen. Ja, am, ähm, Dingending. Am Hafen. Am Hafen, ja. 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 So, Marco, pass auf. So, ich hab einen Stern. Die Maske auf. So. Bist du bereit? Ja. Kurz mal reinsteigen, nicht dass wir gleich tot sind. Du kommst hier. Du knallt alles ab, was du siehst. Ja. Pass auf, dass du nicht getroffen wirst. Okay. Oi, 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 oi. Ah, geht doch. Warte, ich tue es kurz umsteigen, dass du es auch fangen kannst. So, Crew und Freunde. So, Bullen kommen. Ja. Kannst du mal um die Sterne los? Ja, ich muss noch einen höher gehen. Zack. Und dann kann ich hier auf den Container. Und dann hier drauf. Du kommst jetzt. Du kommst nicht mal. Du kommst her. Oh, mein Gott. Shit. Was goingst du mit der? Oh. Ich werde dich nicht mehr auf den Schlangen. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst. Lass du da Sterne los? Noch nicht. Aus irgendeinem Grund habt ihr mich gerade wieder gesehen. Wow, ich bin tot. So, ich bin mein los. Okay, ich hab meinen auch los. Wollte ich mitnehmen? Ja. Hast du den Wagen schon raus, oder was? Ja. Nice. Wo bist du, Fabi? Ich komme. Ja, ich bin vom Polizeirevier. Okay, ich bin hier unten. Wo bist du? Komm zu dir. Stil ein Streifenwagen. Wo brauche ich denn? Du hast ja einen. Ich werde angeschossen. Schnell, 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 schnell. Gut, fahr. Jetzt müssen wir den zum Übergabeort bringen. Ja. Gerade durch die Mitte. wir müssen die loswerden wir müssen uns verstecken ihr müsst die polizei auf euch ziehen wir haben uns entdeckt wir haben uns entdeckt ihr müsst die cops auf euch ziehen geht denn auf die schnelle ja schließt irgendwas an macht palabra ihr wisst doch wie das geht marco bitte fahr von dem weg wir müssen die bullen auf euch bringen warum so drei sterne war gerade aus war gerade aus jetzt fährst du links links hier rein links hier rein da genau da rein da rein da rein da rein los 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 so stopp stopp wir sind in Sichtweite von denen aber den juckt es nicht ob wir hier sind ey der Heli trifftet einfach mal ab fahrgade aus fahrgade aus jetzt rechts also die straße die große straße hier folgen ja wer fährt denn von euch beiden ja marco ja marco hier rechts links jetzt hier rechts rein hier rechts rein an mal fallen die um malen nicht so weißt du links 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 nee rechts rechts entschuldigung ach komm scheiße x drücken los ok jetzt bring vorsichtig den wagen zum übergabeort ok es reicht he ok 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 Aus Versehen. Ja, wenn der auf meine Spür zieht. Oh Marco, du hast derbe Lecks, Alter. Keine Ahnung. Was für eine Internetleitung hast du, sagst du? Ich sollte normalen 100.000 haben. Was? Dann liegt es am WLAN oder so, ich habe keine Ahnung, Alter. Ja, das LAN-Kabel, das kann doch auch am LAN-Kabel liegen, glaube ich. Ich glaube wir sind gleich da. Ja, wir auch. Ja, wir auch. Ja, wir auch. Und da. Ja, wir müssen noch einmal links abbiegen. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Ja. Ja, nice. Gehen sie frech zu uns, alle Schlampe. Wo sind sie dann? So. Ja. Ja, geht doch. Bestanden. Hm. Nice. Gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 separately. Immer seren multiplyts aus.